Ja... 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 Ey... Ja Lohan, Jahr 2! Jetzt gehts so richtig los! Ich is meine Erdnüsse weiter und ihr schaut den Trailer! Ab gehts! Ja... Ja... Servus Leute und herzlich kommen zu einem neuen Destiny Video bei mir auf den Kanal. Wir machen einen kleinen Trailer-Breakdown, also während hier der Trailer im Hintergrund läuft. Man sieht hier Lord Saladin mit dem Wolfsrudl herumgehen und es ist eine kleine Analyse was kommen wird in den Trailer, beziehungsweise was auf euch zukommen wird im Herbst. Hier sieht man schon die neuen Gegner. Es wird eine eigene Fraktion sein von den Gefallenen, die wieder zurückkehrt, nachdem sie verdrängt wurde. Und sie hat sich jetzt Rache geschoren, dass eben die ganzen Menschen auf der Erde dafür bezahlt werden, also bezahlen für die Taten, die sie gemacht haben, um sie wegzuschaffen. Hier sieht man auch den neuen, entweder Strike oder Raid, man weiß es noch genau. Hier den Endboss, der Maschinist heißt er. Und jetzt kommt auch noch ein paar coole Sachen. Hier setzt eben Lord Saladin auf. Und man sieht jetzt genau jetzt die neue Scorch Cannon. Also ihr kennt das jetzt von so Relikte Scorch Cannon oder das Shield von Atheon. Und das hier wird genauso ein Relikt sein, mit dem man sich verteidigen kann. Hier sieht man den neuen Ausposten. Hier das neue soziale Platz eben von Destiny, beziehungsweise man kann jetzt auch eben auch auf die Wand im Kosmotromorph. Weitere Aufsplittungen, eben verschiedene Sachen, die gehe ich noch gründlicher ein und mache dazu einzelne Videos, beziehungsweise erkläre ich das ein bisschen besser. Und hier sieht man ja den Holz-Dings. Hier sieht man nochmal, was alles kommen wird. Ein Fusionsgewehr und die Yalohan hat man hier gesehen. So, das istっと vielaugenden, wenn du von so neig! Wir sehen uns mal, wenn du den